Herzlich willkommen bei RohstoffTV. Heute werde ich Ihnen gleich drei aktuelle Meldungen von Rohstoffunternehmen vorstellen. Der Fokus ist dabei ganz klar der Goldbereich mit drei Unternehmen Clondex Mines, Inca One und Brasil Resources. Den Anfang machen die Produktionsergebnisse zum ersten Quartal bei Clondex Mines. Das Unternehmen betreibt gleich zwei Minen im US-Bundesstaat Nevada mit der Fire Creek Mine und dem Midas-Projekt. Nach den positiven Jahreszahlen für 2015 setzt Clondex Mines auch bei der Produktion im ersten Quartal 2016 die positive Tendenz fort. In Summe produzierte Clondex Mines rund 30.100 Goldäquivalent Unzen. Die verarbeitete Erzmenge erreichte mit 73.755 Tonnen einen neuen Rekord. Sehr wichtig beim aktuellen Goldpreis ist auch die hohe Goldausbeute. Die konnte Clondex Mines ebenfalls mit Werten von über 93 Prozent bei beiden Minen erneut bestätigen. Auf Basis der nun vorgestellten Produktionsergebnisse zum ersten Quartal erwartet das Unternehmen 2016 nun eine Gesamtproduktion zwischen 145.000 und 150.000 Goldäquivalentunzen. Hier werden dann sowohl die Gold- als auch die Silberunzen eingerechnet. Zusammenfassend erklärte Präsident und CEO Paul Huert, mit unserem Betriebsergebnis für das erste Quartal sind wir gut aufgestellt und können so unseren Trend fortsetzen und die Produktion in Nevada Jahr für Jahr steigern. Der nächste wichtige Termin bei Clondex Mines steht auch schon fest. Am 10. Mai werden die Bilanzdaten zum ersten Quartal veröffentlicht. Wie die ausfallen, erfahren Sie dann wieder hier bei RohstoffTV. Nun zum nächsten Unternehmen, Brazil Resources. Der kanadische Explorer verfügt über verschiedene Projekte in Nord- und Südamerika. Für das Whistler Goldprojekt im US-Bundesstaat Alaska liegt nun eine neue Ressourcenschätzung nach dem kanadischen Standard NI 43101 vor. Das Projekt Whistler wasst eine Fläche von 170 Quadratkilometern auf und umfasst mit Whistler und Island Mountain gleich zwei Lagerstätten. Für Island Mountain liegt nun eine neue Ressourcenschätzung vor. Die umfasst 444.000 Unzen Goldäquivalent und einer daraus geschlussfolgerten Ressource von 1,13 Millionen Unzen. Als Basis für die Ressourcenschätzung dienten 34 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von immerhin 12.660 Metern. Diese Schätzung fließt auch in die Gesamtressource beider Lagerstätten mit ein. Damit umfasst das Projekt Whistler nun eine kombinierte Ressource von 2,6 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie angezeigt und immerhin 4,48 Millionen Unzen Gold in der Kategorie geschlussfolgert. Die gesamte Ressource erreicht damit jetzt schon knapp 100 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,51 Gramm pro Tonne und zusätzlich noch 1,7 Gramm Tonne Silber. Daraus leitet sich ein Goldäquivalentwert von 0,8 Gramm pro Tonne ab. Mit der neuen Ressourcenschätzung ist Brazil Resources gut positioniert für die weitere Entwicklung dieser Lagerstätte in Alaska. Abschließend hat der kanadische Goldwert Inca One eine Umschuldung und gleichzeitig die Emission einer neuen Wandelschuldverschreibung gemeldet. Das kanadische Unternehmen betreibt in Peru eine Goldmühle, die dort seine Leistungen dem von der Regierung genehmigten Kleinbergbau zur Verfügung stellt. Bei der Umstrukturierung und Umwandlung der bestehenden Schulden in Höhe von knapp 10 Millionen Dollar hat sich Inca One vorläufig mit dem Großteil der bestehenden Kreditgeber des Unternehmens geeinigt. Die Hälfte der Schuldenmasse wird dabei in Stammaktien zu elf kanadischen Cents umgewandelt. 30 Prozent der bestehenden Schulden werden in der neuen Wandelschuldverschreibung neu aufgelegt. Diese neuen Finanzierungsmittel hat eine Laufzeit von 24 Monaten und einen Zinssatz von 10 Prozent pro Jahr, der dann nachträglich vierteljährlich bezahlbar ist. Eine erste Zinszahlung wird es dann neun Monate nach dem Abschlussdatum der Wandelschuldverschreibung geben. Die Erlöse der Wandelschuldverschreibungen wird Inca One für den Erwerb von Erz und damit verbundenem Inventar und Betriebsstoffen für die peruanische Tochtergesellschaft des Unternehmens CharlerOne einsetzen. Ziel ist es, in den kommenden Monaten die volle Kapazität der Goldmühle von 100 Tonnen pro Tag wieder zu erreichen. Das waren die aktuellen Nachrichten auf Rohstoff TV. Bis zum nächsten Mal hier aus München.